Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier stelle ich euch den Pure Cadence, einen Schuh aus der brandneuen Serie Pure Project aus dem Hause Brooks vor. Ab jetzt habt ihr bei Brooks die Wahl zwischen komfortabel dahingleiten im klassischen Trainingsschuh oder eben den direkten Bodenkontakt fühlen in den neuen Schuhen aus der Pure Serie. Die Schuhe aus dem Pure Project sind auf das Wesentliche reduziert, bieten fünf innovative Technologien und bestechen durch ihr aufregendes Design. Die abgerundete Ferse verlagert den Fußaufsatz nach vorne und reduziert die Belastung. Die umweltfreundliche DNA BioMogo Zwischensohle sorgt für ein direktes Laufgefühl und für eine dynamische Dämpfung. Das elastische Band im Mittelfußbereich passt sich der Fußform individuell an und bietet bequem und sicheren Halt in der Abrollbewegung. Der speziell anatomische Leisten bietet eine handschuhartige Passform und ein natürliches Tragegefühl. Ein besonderes Merkmal der Pure Schuhe ist die Auskerbung im Bereich der Großzehe. Sie sorgt für eine erhöhte Flexibilität im Vorfußbereich und für eine natürliche Stabilisierung in der Abdruckphase. Der Cadence ist aufgrund seiner Bauweise der stabilste Schuh aus der Pure Project Familie. Er vereint ein direktes Laufgefühl, diskrete Dämpfung und die nötige Stabilität. Wenn ihr eben dieses direkte Laufgefühl wünscht und bisher Schuhe aus der Kategorie stabil gelaufen seid, dann ist der Cadence die perfekte Ergänzung für euer Lauf-Equipment. Ihr bekommt ihn in allen One-Nars-Point-Filialen oder in unserem Online-Shop unter www.onearspoint.com.